Hallo zusammen, ich bin Fabio. Ich mache meine Lehre hier bei der Keller Freya G in Walisele. Als Baumaschinenmechaniker zeige euch heute einen Einblick in meinen Alltag. Kommt doch mit! Als Baumaschinenmechaniker macht man Reparaturen oder Schweissarbeiten wie auch Service an grossen und kleinen Maschinen. Ich mache hier eigentlich alles, von kleinen Motorsagen und Trainings bis hin zu Acker und Tömpfer. Was die Arbeit sehr erleichtert hier ist, dass jeder sein eigenes Werkzeug hat, also jeder sein eigener Bau. Wenn auch du die Lehre als Baumaschinenmechaniker machen möchtest, dann darfst du keine Angst vor dreckigen Händen haben. Du musst mit dem Velo abhacken und du musst etwas technisches Verständnis mitbringen. Für die Lehre bei der Keller Freya habe ich mich entschieden, weil man hier wertgeschätzt wird und weil es ein gutes Arbeitsklima ist. Wir haben es hier alle gut miteinander, auch mit dem Schiff. Wir sind auch gut erreichbar mit ÖV und das Haltbox kommt mir einfach dazu über. Als Baumaschinenmechaniker hat man einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Oft kann man sogar selber auslesen, welche Maschinen man als nächstes machen möchte. Das war der Einblick in meinen Alltag. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir euch heute noch bei der Keller Freya G. und hier zu walisieren. Das war es für heute. Das war es für heute. Das war es für heute. Ich habe nicht gesehen, dass wir heute hier noch zu arbeiten. Vielen Dank.